Ja, wir müssen ja jetzt durch. 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 Zur Sessionseröffnung der 410. Karnevalssession mit einem dreifachkräftigen Helau. 410 Sessionen. Diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zumal wir damals seit jeher Zahlenmenschen sind. Wie häufig ist außerhalb der Karnevalszeit zwischen Macker und Kulle der Ausruf zu hören. Und wo wir gerade bei Zahlen sind, die Zahl unseres amtierenden Prinz Karneval. Seine Totalität, Uli des Drittes ist ganz bestimmt und ganz klar die 100 zu 100 Prozent Jubel bei seiner Proklamation. 100 Prozent Einsatz. Wir begrüßen unseren Kinderprinzen Hugo den Ersten, neben Großgarten und den dazugehörigen Eltern, mit einem dreifachkräftigen Helau. Und natürlich begrüßen wir auch, jetzt geht das nochmal ab hier, und natürlich begrüßen wir auch unseren Bürgermeister Mike Otte. Seine Zahl, ich würde sagen, ist die Eins. Nicht, weil er die unangefochtene Nummer Eins im Rathaus ist, nein, weil ihm es gelungen ist, jeden Dammer, Nährinnen und Narren hinter sich zu bringen. Und das muss man jetzt mal schaffen. Lieber Mike, dich begrüße ich auch mit einem dreifachkräftigen Helau. Überhaupt ist die drei eine nicht zu unterschätzende Zahl. Denn es gilt jede Menge Honorationen heute mit einem dreifachkräftigen Helau zu begrüßen. Als erstes unseren Ehrenpräsidenten Rolfgang Friemerding, so wie mein Amtsvorgänger Benno Goda, mit einem dreifachkräftigen Helau. 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 Unsere dienstälteste hier anwesende Toilität, Prinz Karneval 1974, Ehrenbürger der Stadt Damme, Günther Zerhusen, stellvertretend für alle hier anwesenden Ex-Solitäten, und er feiert in diesem Jahr auch sein 50-jähriges Prinzenjubiläum. Lieber Günther, dir auch ein dreifachkräftiges Helau. 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 Unsere Symbolfiguren des Dammerkarnevals, Lüchtenfranz und Pingelmattes, so wie die lebendigen Säulenarren, dargestellt von Alvin und Elisabeth, kleine Klausing, mit einem dreifachkräftigen Helau. 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 Zwei Ehrenbürger der Stadt Damme sind hier auch anwesend, Wolfgang Knabe und Franz Grimme natürlich. Euch begrüßen wir auch recht herzlich mit einem dreifachkräftigen Helau. 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 Die Geistigkeiten unserer Gemeinde, ich hab sie leider noch nicht gesehen. Falls Sie da sind, begrüßen wir unseren Pastor oder Deckernden, Heiner Zumdome mit einem dreifachkräftigen Helau. 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 Die Redakteure der regionalen und überregionalen Presse begrüßen wir auch mit einem dreifachkräftigen Helau. 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 Unser lebendiger Karnevalsjukebox, das Narrenblech, unter Leitung des Generalmusikdirektor Stefan Schumacher. Nee, ist doch hier gar nicht da. Wer bist du denn? Bernhard Fischer. Der Bernhard Fischer, natürlich mit einem dreifachkräftigen Helau. 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 Soviel zu Zahl 3 und ich sehe, die Ersten werden schon nervös. Was quatscht der Anakin da die ganze Zeit von Zahlen? Das Narrenblech steht bereit und wir wollen es nicht länger hinauszögern. Wir haben lang genug gewartet. Unser Karneval erstartet mit einem dreifachkräftigen Helau. 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 Das Jahrzehnte Mal startet der Dammer Karneval. Mit ihr wisst, wovon ich sprech. Lied Nummer 1 vom Narrenblech. See you familiarizieren? Ärger und Timo? yeah eh eh Sie, mein Schaum. Applaus So, liebe Närinnen und Narren, eine Zahl habe ich dann doch noch mitgebracht. Es ist die Zahl, hinter der wir uns alle versammeln können. Die Zahl, die wie keine andere für unseren Dama-Karneval steht. Die Zahl, wegen der wir überhaupt heute die 410. Karnevalssession eröffnen können. Und ehrlich gesagt, es ist die wichtigste Zahl, die man sich überhaupt unter Dama-Närinnen und Narren überhaupt vorstellen kann. Quasi die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und überhaupt allen. Und deshalb hat es diese Zahl auch in das diesjährige Sessionsmotto geschafft. 1614, unsere Zahl für immer, Dama-Karneval. Und liebe Närinnen und Narren, die 1614 macht sich nicht nur in unserem Motto besonders gut, man kann sie auch besonders gut singen. Haben wir festgestellt. Und deshalb haben wir zum ersten Mal im Dama-Karneval den Soundtrack zum Motto komponiert. Und hier und heute gibt es die Vorab-Weltpremiere. Da können wir gleich mal alle testen, ob wir den Refrain auch mitsingen können. Ton ab! 1614, ja, das ist unsere Zahl. Die Glaube, Glaube, Glaube-Weltpremier, da können sie auch. Die Glaube, Glaube-Weltpremier, da können sie auch. 1614, ja, das ist unsere Zahl. Und weil wir schon am Metzingen sind, spielt uns das Narrenblech jetzt ein Medley aus den größten Krachern des Tamar-Karnevals. Herr Musikdirektor, legen Sie los! Herr Musikdirektor. 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 Vielen Dank.